Hey Leute, was geht ab? Hier ist wie euer Lil Polaris mit einem neuen Video für euch heute Leute. Wir reagieren heute mal auf RvD und Fortnite Memes natürlich. Und da würde ich sagen, wir schnacken auch nicht lange Leute. Wir gehen auch direkt rein und let's go. Äh ja, gerne auch Abo-Button und Gork aktivieren und nichts dazu verpassen Leute. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen Leute, würde mich ebenso freuen. Ich würde sagen, let's go rein. Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Leute. Und der Sitzschnapptitel. Heute gibt es noch was richtig krass. Und zwar gucken wir uns heute mal den Fortnite-Film an. Und zwar zusammen mit Reh, wie was geht. Hi, ich hab mir schon Snacks ausgepackt und ich esse währenddessen, weil wir sind ja im Kino. Digga, jetzt bitte nicht in meinen Aufnahmen essen. Super, hätten wir das auch geklärt. Und ich würde sagen Leute, wir labern nicht so lange drum herum. Das originale Video ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Checkt das gerne mal ab Leute, schenkt dem auch mal einen Klick. Junge, hör mal auf zu starten. Ich bin da doch am Reden, Junge. Auf jeden Fall Leute, das Video hat einfach 28 Millionen Klicks und ist einfach überkrankt. Das werdet ihr jetzt selber sehen. Also da ist quasi Fortnite in real life einfach mit Leuten, die haben Kostüme an und alles drüber dran. Ich erzähle nicht zu viel, wir gucken uns das Video jetzt an. Reh, wie bist du bereit? Was machst du schon wieder? Gesaugt. Okay, let's go. Ich wusste nicht. Boah, Junge, Junge. Junge, Junge. Wenn sie jetzt noch Frauen mit drin gehabt, hätten wir geisteskrank gewesen. Digga, aber auch so. Es war so krass gemacht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist krass, dass er diesen Panda gespielt hat, ne? Ja, lol. Wenn ich auch in dem Film war und mit dir zusammen Pickaxe gemacht. Panda, Panda-Skill. Ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, das Original-Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das mal gerne ab. Ist vom Kanal DevinSuperTramp. Digga, hab ich noch nie gehört. Was? Echt nicht, Digga? DevinSuperTramp macht diese ganzen geisteskranken Animations-Videos. Ja, ich merk schon. Übrigens, Freunde, schaut doch unbedingt bei meinem Partner Hypeskins vorbei. Dort können die richtig seltene Accounts kaufen. Jo, Leute, was geht ab? Euer am Start. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, hier sind schon am Titel. Wir machen heute mal was ganz Besonderes. Denn wir gucken uns heute mal den zweiten Part vom Fortnite-Film an, Leute. Ich glaub, die erste Folge hat auf meinem Kanal eine Million Klicks oder so. Da dachten wir, Bruder, hauen wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge von raus, Leute. Das Besondere ist aber jetzt, der letzte Fortnite-Film war ja vom Kanal DevinSuperTramp. Der jetzige ist vom Kanal TrueMobster heißen. Die arbeitet einfach schon 20 Millionen Klicks. Deswegen, Leute, ich bin jetzt echt mal gespannt. Der muss ja auch wieder richtig krass sein. Der hat einfach 136.000 Likes. Aber, Leute, werden wir jetzt mal sehen. Wie gesagt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das noch auf jeden Fall, Leute. Wir müssen die 2 Millionen Abos noch knacken vor der nächsten Gamescom. Und das hab ich mir jetzt hier gesetzt. Deswegen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall, Leute. Ihr unterstützt mich damit echt mega krass. Ja, tschüss, Leute. Leute, ich sag ja, Leute, wir labbern nicht so lange drumherum. Wir fangen an und let's go. Okay, Leute, let's go. Das ist, glaub ich, die... Ah, ne, ist der Loading-Stream. Okay. Ab geht's, Lobby und starten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das krasser ist als das letzte Mal. Okay, lol. Jetzt sieht man schon mal, wie man runter einfach mit einem Regenschirm, Bruder. So. Okay, man sieht die Minimap. Da, muss ich sagen, fand ich den Anfang schon ein bisschen geiler bei dem ersten Teil. Oh, da wird Eisen abgebaut. Hä? Oh, Palettenbruder. Aber das hätten die noch ein bisschen geiler machen können. Alleine, dass man mehr Holz bei den Paletten kriegt. Aber egal, er wird hier angekissen. Was macht der? Ja! Oh mein Gott, wie krass hat das aus? Er hat einfach eine Wand gebaut. Oh, ne Chest. Ne Chest, Leute. Was findet der? Oh, ne Pistol. Ein grüner Schein, der Verwistel. Ah, ja, wo, oder? Der kennt sie nicht. Er hat einfach gebaut. Er tanzt. Warum? Warum tanzt er? Hä? Er hatte doch eine bessere Waffe. Egal, jetzt hat er die Salve von ihm aufgesammelt. Gönnst ihr erst mal. Das Minimap, Bruder. Uff. Der Slurpy Derpy. Wahrscheinlich 100, oder? Okay, egal, weiter geht's. Oh. Weihnachts-Mann-Skin. Yo, goldene Ska. Warum zockt er die Pistole, Leute? Du hast doch eine Eier. Ja, jetzt. Bruh. Okay, Leute, das hätte man tatsächlich noch ein bisschen geiler machen können. Gerade hat er tatsächlich eine AK gehabt. Obwohl im Ding jetzt was anderes war. Lol. Oh, Karnatwerfer, Leute. Hey, da ist wieder Revi. Ja, Bruder. Nein. Oh, er ist nur genockt. Ach, lol, das ist die Teams runter, oder was? Ne. Auch wenn der Tanz absolut falsch ist und die Musik absolut nicht passt, oder? Also da, ey, da muss ich echt mal sagen, Leute. Vom Ding her ist das schon mega krass umgesetzt. Aber da war, bei The Rise of the Pig Panda beim ersten Teil, war es alles ein bisschen cooler gemacht. So, Munitionskisten. Man hätte hier halt noch ein bisschen mehr in Skins, in so Detailliebe stecken können. Aber ich labber hier schon wieder irgendeine Scheiße, Leute. Ist trotzdem geil. Leute, da versteckt sich im Gras. Oh, Jagdgewerf. Er hat die Pump. Lol. Und er kommt von hinten und snipet sich die Leute. Natürlich. Er hat keine Ahnung von wo der Arme. Lol. Let's go. Er hat schon drei Kills. Ja, der ist ein Kills. Ja, ja. Er war schon geil gemacht, dass man nicht nur die Sicht von ein oder zwei Leuten sieht, sondern einfach von allen, die gerade kämpfen. Oh, schnell die Waffe geswiped. Weiter geht's hier. Mit irgendeinem Mädchen hat noch null Kills. Lama. Bami. Da bist du, ja. Oh, der Typ will sich das Lama gönnen. Äh. Wo? Oh, shit. Goldene Tube. Warum läufst du denn zum Lama? Nein. Wo ich jetzt so gefeiert? No. Hä, aber sie hat den Kill nicht bekommen. Alter, es sieht so krass aus, die das in den Bauen gemacht haben, ne? Goldene Ska regelt heute, aber ganz easy. Okay, weiter geht's. Ah ja. Shit dich. Zweimal Revi. Und Karma. Nice. Nice. Axel Jahr. Für heute geht's. Ich bin 15 rumm. Ja, ich bin 15-27! Tja, ich bin 19-89! Jetztdessus TU-D�. Wo aber is denn 50-Den Grau? Ja, ich bin 15-23. und zwar machen wir keine Ohны mit dem, warmneat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht sogar mit der neuen Animation, Baba und einen leckeren Biggie, der wahrscheinlich mal wieder 100 bringt, oder? Oh shit, er ist full gehealt. Warum zockt da jeder mit MG, Digga? Hol doch mal ne Pumpgun. Oh, tschüss. Alter, ich find's in der Werbung so langweilig. Ist auch das letzte Video, wo ich gucke, Leute. Oh mein Gott, krass gemacht. Die Zone kommt und da wurde gebaut. Naja, die war nicht für dich gedacht, mein Freund. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, die Zone kommt. Wenn ihr auf die Minimap schaut, Leute. Er hat einfach schon sieben Kills. Das ist auch nicht schlecht gemacht, ne? Ist halt mal anders, aber sieht schon cool aus. Oh no. Hä? Töte ihn doch. Nein, es ist ein Troll. Der Typ hat 14 Kills. Der Typ hat 14 Kills, Leute. Der Typ hat 14 Kills. No. Oh, beide kriegen gezogen. Er hat 70 AP. 50 AP. Der hat auch nur 50 AP. Es leben noch drei Leute. Oh shit, Leute. Wird das hier das Finale? Ich glaub, ja. Zwei Leute, okay. Was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil die beiden gerade kämpfen, aber egal. 30 AP, 30 AP. Beide haben 30 AP. 10. Und er hat gewonnen. Let's go, Digga. Er hat hier easy to win Gold. Wie viele Kills hatte der jetzt? Ich hab's gar nicht mehr gesehen gerade. Ja, Leute, Jay hier. Vielen Dank, euch, dass ihr seht. If you're new to my channel, make sure you subscribe. Okay, da geht auf jeden Fall mal ein Abo und ein Like raus, Leute. Heftiges Video von True Mobs. Also, wenn ihr Bock habt, checkt das Ganze mal ab, Leute. Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Muss halt ehrlich sagen, so ein paar Sachen fand ich nicht so cool. Ein paar Sachen waren so ein bisschen falsch. So, dass man halt so einen Slurp trinkt und 100. Aber das sind so Kleinigkeiten. Das hier, glaub ich, kein. Im Großen und Ganzen trotzdem mega cool umgesetzt, Leute. Deswegen lasst auf dem Video mal ein Like da. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, ja, Mann. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, liked mein Video und abonniert mich. Das haben wir jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Ihre Männer unter euch. Creator-Code Evive mit 3i. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich küsse eure Augen, Nacken und was ihr auch alles habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein. Und guckt euch unbedingt das Video an, wo ich Streamer spende. Und Leute, ich bin absolut arm geworden. Ich schwöre es euch. Es war ein anderes Level. Ich habe noch nie immer im Leben so viel gespendet. Ja, tschüss. Ich habe mich am Samstag hochgeladen. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben genug gelabert. Ich hoffe, die 10 Minuten wurden erreicht. Oder an der Stelle irgendwo. Haut rein, Leute, wir sehen uns. So, passt an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen, Leute. Ähm, gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst jetzt in den Kommentaren mal wieder durch. Wir sagen euch allen noch einen schönen Tag, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Bye.